Im Studio und bei mir ist nochmal Joachim Weber von der Universität in Bonn. Herr Weber, wir haben ja jetzt viel gehört über die Ukraine, die Wiederaufbauhilfe, wer da alles zu beitragen will. Es wurde in fast jeder Rede gesagt, Russland muss seinen Teil dazu beitragen. Insgesamt geht man ja davon aus, dass alleine von der russischen Nationalbank 200 Milliarden Dollar in den westlichen Ländern eingefroren sind. Kann man das einfach so nehmen, das Geld, und an die Ukraine rüberschieben? Also so einfach geht das mit Sicherheit nicht. Wir sind und bleiben eben Rechtsstaaten. Und insofern ist allen Firmen, auch einer russischen Bank, die davon betroffen ist, der Gang zur ordentlichen Gerichtsbarkeit möglich bei uns. Und das kann natürlich auch lange wehren und hat ungewissen Ausgang. Dennoch meine ich, dass der Versuch nicht ausbleiben kann. Russland hat ja auch sehr einseitige Akte vorgenommen. Russland hat viel Auslandsvermögen einfach konfisziert oder einbehalten. Denke da nur an die Flugzeuge zum Beispiel dort, da sind ja zahlreiche Leasinggesellschaften betroffen. Das ist ein Beispiel dafür. Und es gibt andere mehr. Und man müsste unterhalten sich auch über die sicherlich 100 Milliarden Euro, die Deutschland mehr an Kosten für die Gastbeschaffung bezahlt hat. Weil Russland ja auch nicht vertragstreu dann gewesen ist, nachdem eben die deutsche Unterstützung der Ukraine begonnen hatte. Also da ist viel gegeneinander aufzurechnen. Und Russland hat einseitige Akte gesetzt. Wir werden wahrscheinlich nicht umhinkommen, das auch zu versuchen. Und irgendwann, in wie vielen Jahren auch immer, wird dann der Punkt kommen müssen, wo man gemeinsam wahrscheinlich an einem Tisch sitzt und sagt hier, wir haben dies von euch und das von euch genommen, nicht. Und wie kommen wir jetzt da wieder raus? Ich sage mal so Stichwort Londoner Schuldenkonferenz, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwas in dieser Art wird es auch geben müssen in einer Reihe von Jahren. Aber bis dahin ist es sicherlich ein berechtigter und richtiger Versuch, den Aggressor und seine Auslandsvermögen in die Pflicht zu nehmen, die Schäden auch wieder zu beheben, die er da angerichtet hat. Wir hatten vorhin schon mal angefangen, auch noch mal über die Rolle der Europäischen Union zu reden. Ursula von der Leyen war ja da und hat noch mal betont, dass man natürlich der Ukraine weiter helfen will. Das setzt ja eine Einigkeit auch unter den Mitgliedstaaten voraus. Und da sind ja einige Mitgliedstaaten, die schon mal gezeigt haben, dass das so einfach möglicherweise nicht ist. Ungarn ist sowieso grundsätzlich ja dagegen, spielt da ja eine besondere Rolle aufgrund der Nähe des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán zu Wladimir Putin, nach wie vor, obwohl der Krieg tobt. Aber auch andere Staaten, zum Beispiel Polen, hat ja sehr verschnupft reagiert, als mit einmal die Grenze geöffnet wurde für Agrarimporte. Da wären ja auch noch andere Dinge möglich, wenn die Ukraine den Zugang zum europäischen Binnenmarkt bekommt. Dann könnte es doch auch mit der Einigkeit schnell wieder vorbei sein. Ja, dieses Beispiel mit den Polen haben Sie, glaube ich, richtigerweise erwähnt, weil es eben deutlich gemacht hat, wie schnell dann die Dinge zu wackeln beginnen, wenn doch gewisse nationale Kerninteressen, also auch Wirtschaftsinteressen berührt sind. Und wenn man jetzt die ganzen Reden hier alle gesehen hat, dann muss man schon auch feststellen, viele Nationen haben sich doch sehr gekonnt auch in eine Szene gesetzt, um auch in diesem Prozess des Wiederaufbaus ihre Industrien und ihre eigenen Interessen dann auch dort einzubringen und zur Geltung zu bringen. Also das eine schließt hier das andere nicht aus, gute Absichten und nötige Dinge für die Ukraine, aber man will auch dabei sein. Und insofern, es ging schon los, nicht mit dem britischen Premier, nicht der die City of London und den Kapitalmarktplatz London, ja jetzt außerhalb der EU, der braucht auch sozusagen neue Betätigung und Felder, in denen er reüssieren und weiter glänzen kann, doch ins Spiel gebracht hat. Und andere haben das auch ins Spiel gebracht. Und selbst die deutsche Außenministerin von unserer Seite, hört man das ja sehr selten, hat aber doch deutsche Unternehmen und ihre Leistungsfähigkeiten ins Spiel gebracht, nicht? Also alle bringen dort auch ihre Interessen schon mal ein bisschen in Stellung, nicht? Und dann wird man sehen, wer im Einzelnen sich mit welchen Interessen da durchsetzt. Aber es darf auch nicht in Vergessenheit geraten, über all die schönen Ankündigungen, dass auch sehr unterschiedliche Dinge angekündigt werden, nicht? Der eine, Herr Brite, hat gesagt, drei Milliarden würde man in den nächsten Jahren bereitstellen und das wohl teilweise auch noch als Darlehen, nicht? Das ist, naja, ein Hundertfünfzigstel wahrscheinlich von dem, was benötigt wird. Die französische Außenministerin sprach stolz von den 40 Millionen, die Frankreich zur Verfügung stellt, nicht? Das ist jetzt wieder ein Hundertstel oder was auch immer davon, nicht? Also es ist sehr unterschiedlich, was da von Einzelnationen geliefert und versprochen wird. Und diese Uneinigkeit, die wird sich, wenn es dann wirklich am Zahlen im großen Stil geht, wenn also die Europäische Union da hohe zweistellige oder vielleicht irgendwann dreistellige Milliardensummen aufrufen muss, dann kann man davon ausgehen, dass es doch erhebliches Hickhack hinter der Kulisse und wahrscheinlich auch irgendwann vor der Kulisse geben wird, wer das alles bezahlt. Und aus deutscher Sicht muss man ja immer sagen, auch von jedem Euro, der da bewegt wird. Die Kommissionspräsidenten hat stolz von den 18 Milliarden, das ist ja kein Pappenstiel gesprochen, die die Union beisteuert, die Europäische Union, nicht? Davon ist natürlich 30 Prozent, also grob gesprochen ein Drittel immer auch aus Deutschland, nicht? Da sind doch erhebliche Summen, die dann da fließen werden und sollen. Spannend ist ja Antony Blinken. Der US-Außenminister, der hat gestern im Vorfeld sich ja mit seinem Amtskollegen aus der Ukraine, Kuleba, getroffen und hat gesagt, ja, wir brauchen aber auch Reformen in der Ukraine, dass es auch vorangeht. Nun wurde ja gerade eben in der Rede von dem Ministerpräsidenten der Ukraine quasi darauf geantwortet, Schmihal, ja, wir werden uns ändern, es wird eine ganz andere Ukraine entstehen, neue Institutionen werden geschaffen und so weiter. Man will die Umweltstandards auch sehr schnell erfüllen, der Union. Kann man das glauben oder sind das alles eher Wunschdenken, weil die Ukraine ist ja im Krieg? Also ich glaube eben die gute Absicht, die besteht sicherlich, weil die ukrainische Führung wirklich begriffen zu haben scheint, dass man hier nicht ein Land fortsetzen kann, was wie Russland im Grunde durch Oligarchenherrschaft gekennzeichnet war. Jahrzehntelang ist die Ukraine ein Schauplatz von Revierkämpfen bestimmter Oligarchen gewesen, die sich wiederum bestimmte politische Rückversicherungen geholt haben. Das westliche Lager am Westen, das andere Lager um Janukowitsch im Osten und bei Russland nicht. Aber so oder so ist das im Grunde eine demokratisch angestrichene Oligarchenveranstaltung doch in weiten Teilen gewesen. Und das kann natürlich unter keinen Umständen so bleiben. Das ist der ukrainischen Führung von heute klar. Und die institutionellen Rahmenbedingungen, das ist das Wesentliche, was man machen kann, die ist man dabei zu schaffen, dass dann Korruption und eine Mentalität, die sagt, wenn ich irgendetwas bekomme oder irgendwas leisten soll, dann muss ich dafür auch was bekommen und das sozusagen unter der Hand, das ist ja in den Köpfen, das ist ganz schwer rauszukriegen, wenn das über viele, viele Jahrzehnte in einem Land eingerissen war. Aber man kann eben durch institutionelle Reformen, durch strukturelle Sicherungen ein ganzes Stück weit auf die Sprünge helfen. Und diese Versuche werden sicherlich sehr ernsthaft unternommen werden. Zum Schluss die Frage, Herr Weber, wir haben jetzt ganz viele Punkte heute angesprochen, wurden auch auf der Konferenz angesprochen. Das ist die Frage NATO-Mitgliedschaft, das klang ja immer wieder ein bisschen durch EU-Mitgliedschaft, Öffnung des Binnenmarktes, Wiederaufbauprogramm. Wo würden Sie jetzt, Sie sind ja auch Strategieberater, wo würden Sie jetzt eigentlich die Priorität in diesen Monaten setzen? Also für diese Monate kann man gar nicht so viel sagen, weil das ja wirklich abhängig davon ist, wie geht dieser Krieg jetzt weiter? Wir können ja nichts wieder aufbauen, wenn unaufhörlich wieder in Stücke geschossen wird. Also diese Einschränkung besteht, auf die ja nicht zu Unrecht Herr Lukassen auch vorhin hingewiesen hat, er nicht. Also es ist einfach die Notwendigkeit, um größeren Wiederaufbau zu betreiben, das zum Ende zu kriegen. Aber in mittlerer und langfristiger Sicht ist doch mein Eindruck, es wird ganz, ganz stark notwendig sein, die Privatwirtschaft einzubeziehen. Denn die Staaten haben so viel Geld wahrscheinlich nicht über, um zu sagen, wir transferieren hier hunderte von Milliarden in die Ukraine, bis das da alles steht und dann noch mit Green Economy, schöner denn je. Es wird nur mit Kapital wirklich private Investoren geben. Da gibt es Billionen, die global unterwegs sind und die auch immer gute Anlagemöglichkeiten suchen. Und dann soll doch die Privatwirtschaft da ihre Prozente da mit dran verdienen. Aber das Geld fließt und Privatinvestoren achten auch darauf, dass ihr Geld nicht versickert irgendwo, meistens viel besser als die Staaten. Also wenn es gelingt, und das ist für mich das Wertvollste an dieser Konferenz, wenn es gelingt, die Privatwirtschaft von Anfang an mitzudenken und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, im deutschen Fall zum Beispiel die Hermes-Bürgschaften, die ja auch kurz erwähnt worden sind, nicht, dann kommt man auf den richtigen Weg. Und dann ist es auch sinnvoll, diese Überlegungen jetzt alle strukturell anzufangen, richtig aufzusetzen, um dann loslegen zu können an dem Zeitpunkt, an dem er gekommen ist. Dann haben wir ja schon mal eine Perspektive, eine mögliche Perspektive für die Ukraine aufgezeigt. Herr Dr. Weber, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und danke auch für die Einschätzung. Gerne.